Ja, bei unserer Arbeitsschutzunterweisung psychische Belastung beschäftigen wir uns zunächst einmal mit der Frage, was ist eigentlich eine psychische Belastung? Wir schauen uns die Definition an und wir zeigen dann auch, wie der Weg von der psychischen Belastung zur psychischen Beanspruchung ist. Die psychische Beanspruchung, und auch das zeigen wir, muss ja nicht in jedem Fall negativ sein, sie kann auch positiv sein. Anforderungen, Einwirkungen, etwa auf die geistigen Fähigkeiten des Mitarbeiters können ja durchaus auch belebend sein und können sich positiv auswirken. Dann sollte man das vielleicht auch erkennen, das kann man dann sogar fördern. Problematisch aus Sicht des Arbeitsschutzes sind natürlich negative psychische Beanspruchungen, wenn etwa Überforderung zu Stress führt, der dann auf Dauer zu Erkrankungen führen kann und Fehlzeiten, verminderte Leistung etc. für das Unternehmen negativ ist. Psychische Belastungen sind ja eine sehr wichtige Ursache für Fehlzeiten. Ich glaube, die dritthäufigste Ursache für Fehlzeiten im Unternehmen sind psychische Belastungen. Insofern muss man sich damit auseinandersetzen. Wir schauen uns an, was alles die Felder sind, wo psychische Belastungen zu befürchten sind und was man tun kann, um eben negative Beanspruchungen zu verhindern bzw. möglichst zu vermindern. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle einmal unsere Reihe E-Learning-Unterweisungen zum Arbeitsschutz vorstellen. Unterweisungen sind ja ein zentrales Instrument im Arbeitsschutz, ganz zentral auch gefordert. Das heißt, sie sind verpflichtend aufgrund des Arbeitsschutzgesetzes und sollen dazu dienen, dass die Mitarbeiter die mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen und die im Unternehmen festgelegten Schutzmaßnahmen kennenlernen. Bei dieser großen und auch nicht ganz anspruchslosen Aufgabe möchten wir Sie mit unserer Reihe E-Learning-Unterweisungen Arbeitsschutz unterstützen. Diese Reihe besteht aus einem ganzen Paket von Unterweisungen, die Sie individuell zusammenstellen können, je nach Ihren Bedürfnissen. Wir führen in diesen Unterweisungen jeweils in das Thema ein. Wir erläutern die Gefährdungen, die mit diesem Thema verbunden sind, erklären da, wo es nötig ist, auch mal Begriffe, stellen auch die wesentlichen Pflichten des Arbeitgebers dar, also das, was Sie sowieso tun müssen, mit dem Hintergrund, dass die Mitarbeiter eben verstehen sollen, warum sie bestimmte Dinge im Unternehmen tun und kommen dann zu den zentralen allgemeinen Pflichten der Beschäftigten. Wir können an dieser Stelle natürlich immer nur die allgemeinen, typischerweise mit den Gefährdungen verbundenen Maßnahmen und Pflichten der Beschäftigten vorstellen. Sie müssen diese Unterweisungen, die wir Ihnen anbieten können, immer noch um tätigkeitsspezifische und firmenbezogene Inhalte ergänzen. Aber Sie können dann voraussetzen, dass die Mitarbeiter an der Stelle schon mal um die Gefährdungen wissen, dass sie die grundlegenden Probleme und die grundlegenden Regeln kennen. Pro Einheit sind für Ihre Mitarbeiter etwa 30 Minuten Bearbeitungszeit verbunden, wobei der große Vorteil einer E-Learning-Unterweisung natürlich ist, dass man die einzelnen Themen ja nicht am Stück, sondern immer mal dann bearbeiten kann, wenn diese 30 Minuten tatsächlich in den sonstigen Arbeitsablauf und in die Unternehmensabläufe passen. Zusätzlich zu den Inhalten enthält jedes dieser Module dann auch einen kleinen Wissenstest, sodass Sie hinterher auch eine Erfolgskontrolle haben und nachweisen können, dass die Mitarbeiter diese Inhalte auch tatsächlich verstanden haben. Das ist ja auch eine wesentliche Aufgabe bei den betrieblichen Unterweisungen. Und ja, schauen Sie sich einmal um bei unseren Themen. Ich denke, diese E-Learning-Unterweisungen machen Ihnen die Aufgabe leichter, unterstützen Sie, helfen Ihnen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie diese Hilfe annehmen und als sinnvoll empfinden. Ja, schauen wir uns einmal an, wie Sie unsere E-Learning-Unterweisungen im Rahmen Ihrer Firmen umsetzen können. Wichtig ist natürlich, diese E-Learning-Unterweisung ist eine allgemeine Unterweisung. Diese Unterweisung muss um eventuelle tätigkeitsspezifische oder firmenbezogene, firmenspezifische Informationen ergänzt werden. Das ist sowieso nötig, denn teilweise sind etwa in der Gefahrstoffverordnung ausdrücklich mündliche Unterweisungen gefordert. Man kann also etwa zum Thema Gefahrstoffe nicht ausschließlich, man kann, man darf nicht ausschließlich mit E-Learning unterweisen. Das wäre schon rein rechtlich nicht möglich. Das heißt, es muss eine mündliche, tätigkeitsbezogene Unterweisung auf jeden Fall ergänzen. Aber die E-Learning-Unterweisung kann natürlich schon vieles vorwegnehmen und Ihnen damit diese tätigkeitsbezogene mündliche Unterweisung erleichtern, kann diese auch verkürzen. Nehmen wir nur ein Beispiel. Mitarbeiter müssen natürlich wissen, wie sie Gefahrstoffe erkennen können. Wir können etwa in der E-Learning-Unterweisung, und machen das auch, die Gefahrstoffpiktogramme erläutern. Wir erläutern, was bedeuten diese Piktogramme, auf welche Gefährdungen weisen sie hin, und wir nennen auch Beispiele für Stoffe, die mit diesen Piktogrammen gekennzeichnet sind. Das heißt, in Ihrer mündlichen Unterweisung können Sie dann voraussetzen, dass die Mitarbeiter zumindest diese Piktogramme schon einmal gesehen und erläutert bekommen haben. Sie können dann natürlich noch ergänzen, welche Stoffe etwa bei Ihnen im Unternehmen jetzt konkret mit diesen Piktogrammen gekennzeichnet werden, aus diesen Klassen im Unternehmen vorhanden sind, und können dann anhand Ihrer spezifischen Betriebsanweisungen für diese Stoffe die anzuwendenden Schutzmaßnahmen erläutern, um eben den Anforderungen der Gefahrstoffverordnung nach der mündlichen Unterweisung anhand der Betriebsanweisung gerecht werden zu können. Sie können dann bei diesen Schutzmaßnahmen auch an allgemeine Regeln, die wir schon vorgestellt haben, noch einmal anknüpfen. Sie wissen ja, die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Sie können also einfach daran erinnern, wie Sie wissen, darf zum Beispiel an den Stellen, wo Sie mit Gefahrstoffen arbeiten, nicht gegessen oder getrunken werden. Selbstverständlich stellen wir die allgemeinen Hygieneregeln zum Umgang mit Gefahrstoffen in der entsprechenden Unterweisung zum Thema Gefahrstoffe schon vor. Damit das Ganze dann so funktioniert, ist es natürlich dann idealerweise so, dass die Mitarbeiter die E-Learning-Unterweisung schon vor ihrer ergänzenden, mündlichen, tätigkeitsbezogenen Unterweisung durchführen. Sie sparen natürlich damit in ihrer tätigkeitsbezogenen Unterweisung dann entsprechend Zeit, und insofern können Sie die dann tatsächlich auf die spezifischen unternehmensbezogenen Probleme konzentrieren und die kann natürlich dann auch entsprechend kürzer ausfallen und in der Summe haben Sie dann wirklich ein rundes Paket, was auch alle rechtlichen Anforderungen genügt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017